2.160 Dollar, das ist unser Handelsergebnis im Rohstoffen-Future-Handel nach ZUT-Daten. Hallo und herzlich willkommen bei Insider Week. Mein Name ist Max Schulz und in diesem Video besprechen wir unsere Handelsergebnisse der vergangenen Tradingwoche. Wie immer beginnen wir mit dem Portfolio, mit welchem wir in die Handelswoche gestartet sind. Kalenderwoche 21 beendet bzw. in die Kalenderwoche 22 sind wir gestartet mit einem leeren Portfolio. Mit einem leeren Portfolio beenden wir auch die Kalenderwoche 22. So unter der Woche haben wir zwei Trades gemacht. Ein Trade in Zäubinöl, dort hatten wir ein Kaufsignal bekommen. Unser Kaufsignale suchen wir auf dem Wochenchart. Dazu werten wir ZUT-Daten aus, saisonelle Trend und andere Daten und leiten so unser Kauf- bzw. Verkaufssignale ab. Zäubinöl-Tagesschart, auf dem Tagesschart sieht man, dass wir nach dem Ende der Korrektur getriggert wurden und haben die Position am Freitag geschlossen mit einem Gewinn von 14.040 Dollar. Nächster Trade, US-Dollar Index. Dieser Trade war leider nicht nach Regeln, weil letzte Woche war ich viel unterwegs und ich habe das Ungültigkeit des Signals übersehen und habe den Trade auf dem Tagesschart gemacht und wurde gleich besser belehrt. Also dieser Trade war ein Verlust. Damit haben wir 11.880 Dollar Verlust realisiert. Aus dem Grund bin ich mit dem Hannes-Ergebnis der Trading-Woche nicht zufrieden. Wenn einem die Fehler unterlaufen, die nicht sein sollen, dann muss man an sich arbeiten. Als nächstes schauen wir uns die Ergebnisse der COT-Strategie 2, auch Champion genannt. Dort sind wir ebenfalls mit einem leeren Portfolio in die Hannes-Woche gestartet. Unter der Woche haben wir nur einen einzigen Trade aufgemacht, und zwar im Krutöl. Damit bleibt also das Wochenergebnis bei Null und es gibt keine Veränderung gegenüber der letzten Trading-Woche. Zum Schluss wie immer ein paar Worte zum Rohstoffindex. Wir sehen, Rohstoffindex macht neue Hochs, das heißt wir gehen weiterhin von steigenden Rohstoffpreisen aus und werden uns dann auf der Long-Seite aktiver bewegen. Das war es von uns für diese Woche. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wer mehr über unser Handel erfahren möchte, der hat die Möglichkeit sich für ein kostenloses Info-Gespräch einzutragen. Über unsere Webseite www.insiderwick.de bzw. hier unter Ausbildung im Hauptmenü hat man die Möglichkeit sich für ein Strategiegespräch kostenlos einzutragen. So, an der Stelle bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und verabschiede mich bis zum nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag wie immer unser Handelsergebnis. Nächsten Sonntag wie immer unser Handelsergebnis. Vielen Dank.